Ich bin nicht Angst. G-G-Ghost! Na ja, ich dachte, es wäre schön, zusammen zu gehen und zu den Dining Hallen zu gehen. Soll wir? Um zu viel klar zu sein, das hat nichts zu tun mit meiner nicht existierenden Angst von Ghosten. Und wir spielen heute Fire in Numphrey Houses weiter. Auf in den Kampf! Hey, Saven, ich hab dich rüber gesucht. Oh, Saven. Oh, du sahst kurz aus wie Ingrid. Ne, ja doch, Ingrid. Wait, hab ich noch jemand mit dem ich reden kann? Oh boy. By the way, willst du mir eigentlich beitreten? Ah, ich brauch mehr Level. Alright. Ja, ich hab Bernadetta nicht wirklich gefunden. Sie ist immer hier. Oh, come on. Ich kann aber spüren, dass du welchen isst. Nein. Ich nehm mich mal in Bord. How about that? Will sie ja nicht verschrecken. Aber ich will, dass sie mir joinet. Freakseck. Äh, ich geb ihr mal ein... Ne, warte mal. Haben wir ein Lost Item für sie vielleicht? Gehört dir vielleicht das Süßigkeiten-Lexikon? Ähm, warum glaubst du, das war mir? Weil du gerade welche gegessen hast. I don't know. I don't know. Ach, guck mal. Jemand, der oft in seinem Zimmer bleibt. Das ist deins. Faden und Faden. Ja, wenn du mal rauskommen würdest. Problem gelöst. Süßigkeiten-Lexikon? Hey! Das! Das ist mir! Danke, dass du es gefunden hast. Yes! Also, die hat's gehört. Okay. Exotische Feder. Ich hab das Platz verloren. Du hast meine Dinge. Alrighty. Jo, ich glaub ich hab was, das zu dir passt. Daunen küssen. Hi! Ich hab gehört, das hier könnt ihr dir gehören. Oh! Das ist mir! Das ist mir! Das ist mir! Danke! Das ist mir! Ich bin überall. Hey Felix! Dieses Schwertgurtfragment ist bestimmt deins. Actually, warte, ich sollte das nicht geben. Du bist ja schon voll motiviert. Äh, wo ist denn Sylvain? Äh, Lippenstift? Äh, Lippenstift? Das ist mir! Oh! Danke, Professor! Du hast wirklich den Tag saved. Alright. Ich hoffe es hilft. So, Unterstützung. Wer will mit mir reden? Yes! Linzithia! Okay. Du möchtest wissen, was Linzithia so macht. Wait. Lissithia. Okay. Äh, willst du zu einem Besuch aufbrechen? Jo! Oh! Honestly, what do they all take me for? I'm fine, perfectly and completely fine. It's hardly different from daytime. I'm not scared. G-G-Ghost! Uh, hang on. Professor? Is that you? Oh, well, haha, good evening! Hm, was machst du denn hier? Ah. Hatte ich gar nicht vor. Hm. Selbstverständlich. Na dann, gute Nacht. Hey, Professor, warte! Ich... ähm... Well, I thought it might be nice to walk and talk together to the dining hall. Shall we? To be abundantly clear, this has nothing to do with my non-existent fear of ghosts. Na klar. Oh, you must be bored. Fantastic, then! Do you mind, um, filling the void with some chatter? Some find silence to be a bit unsettling after all. Worüber wollen wir denn reden? Okay, I confess, I am scared of ghosts. The monastery is unnerving to me at night. So, can we talk about something, please? Anything! I've noticed for quite some time now, you treat all your students equally, don't you? Oh, so Dimitri vielleicht? You've never treated me differently, simply because I'm younger than the others. And I've always appreciated that. oder Surveyn? oder Felix? oder Ache? Basically, if you're hot, I like you a lot. No, actually, I don't want to say that, because... I mean, ich mag ja auch die Mädels ganz doll, ganz doll. Zum Beispiel auch gerade dich, Lytrea, auch wenn ich deinen Namen richtig aussprechen kann. Bist du denn wirklich so viel jünger, als die anderen? Isn't it rather obvious? I'm roughly 2-3 Jahre younger than the rest of the class. Have you just not been paying close enough attention to those you teach? Süß. Alright, so. Ich muss jetzt gucken, die Unterstützung. Ähm. Ich habe nur ein Physier. Warte, wen habe ich denn jetzt auf C? Okay, irgendjemand, den ich recherchieren kann, wahrscheinlich nicht. Ähm. Ferdinand, Bernadella, Dorothea. Okay, ich mache mal vielleicht noch ein paar Seminare. Wo bin ich dann am nächsten dran? Alright, also ich glaube, ich werde mal einmal noch Tee trinken mit jemandem, um einen Charmpunkt zu bekommen. Und dann werde ich Glaube-Skillen. Und dann gucken wir mal weiter. Erstmal brauche ich irgendwie... Ich wette, dass Rea mir Glaube beibringen kann. Das ist glaube ich... Ähm. Ähm. Kostet echt viel. Oh, nur gut. Oh, Frick you. Frick you. Okay, wen lade ich denn zum Tee ein? Hm, wie wäre es denn mit... Vielleicht wirklich Dorothea. Tee anbieten. Oh boy, welchen Tee könnte sie denn mögen? Jetzt weiß ich, ich versuche den Apfel-Tee nochmal. Mh-mh. Isn't it nice, taking a moment to relax? Mhm. You're very thoughtful, Professor. So much better than those nobles around here. Oh. I thank you so much. What a happy little moment. Oh, ja, schön, oder? Ja? Hm. Der ideale Magister. Hm. Erste Schwammereien. Ja. Hi. Works. Mode. Ja, Mode. Ja. Bestimmt Verlässlichkeit. Ah. Hm. Oh. No, I didn't want to click that. Well, sorry. More Nobles than you'd expect to make a pilgrimage to Garig Mock to pray. Hm. Ähm. Ich guess, ist das gut von denen? Gut, okay. Dammit, das ärgert mich, dass ich das eine verkackt habe. Ich habe Panik gekriegt wegen dem Timer. Hey, es ist trotzdem eine perfekte Stehstunde. Nice. Hi, girl. You're really pretty. Oh, der hat so einen kleinen Schrein. What a happy little moment. Everyone here is an heir or an heiress. But not me. I'm just a commoner. Hm. Hm. Machen unbedingt mehr von diesem Apfel-Tee. Charm von Ariana verbesserte sich um eins. Und Rothea ist auch. Nice. Und da geht schon wieder die Klingel. Es ist Zeit, weiterzumachen. Oder auch nicht, weil es gibt heute sehr viele Fische zu angeln. Hehehe. Gut, wir haben nur drei. Naja, ich gebe mein Bestes. Ich hoffe, ich kriege es hin. Oh, shit. So lange her. Achso. Oh, shit. Ich weiß mal gar nicht, wie schnell er sich drücken muss. Oh, haben wir jetzt wieder drei gekriegt? Alright, whatever. Sorry. I'm spacing out. I'm spacing out. Meine ADS ist anscheinend gerade ziemlich schlimm. Oh, ne. Ich habe es mal gelesen. Vielleicht können wir auf den roten Fisch warnen. Yes. One like this. Oh, shit. Ich war gerade voll. Oh, das war richtig knapp. Let me to never do this again. Alright, whatever. Okay. Ah, vielleicht war das das, dass heute mehrere Fische droppen. Alright, I'm done here. Okay. 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 Alright, ich mach dir mal kurz. It was nothing. Of course I got it. You need to... Diese Einheit hat herausragende Kenntnisse im Bereich Vernunft gewonnen. Fertigkeit Schwarzmagie, Crit plus 10. Oh, das war ja. A new power that I could use. Mhm. This could be useful. Mhm. Oh, that's a relief. You're making me blush. I've learned a lot. Oh, that's a relief. This will be useful. Oh, that's a relief. I could have kept going. Okay. Oh, that's a relief. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. Äh, ich lausche gern Geistergeschichten, aber ich bin selbst noch nie einem Geist begegnet. Es wäre so schön, einmal auf einen zu treffen. Äh, vielleicht solltest du mal ein Ritual durchführen? Oh, natürlich! Ja, make sense. Make sense. Oh, das hat echt viele Punkte gegeben. Holy shit. Ah, wow. Ähm. Nein. Du wirst ein Dark Flyer. Gut, ist okay. Ist okay. Ist okay. Ich wünschte, meine Zahn würden auch so nach oben gehen. Ich habe es. Ja, ich mache es. Ich verstehe es. Ich denke, wir können jetzt heute mal wieder kämpfen gehen. Ähm. Ja, I guess that's what we need to do. Ich muss ja mal die Examen. Achso. Und ich muss auf jeden Fall meine Klasse wechseln. Fällt mir gerade ein. Äh. Aber es gibt viele, die neue Klassen jetzt ablegen können. Oh, ey. Oh, yes. Kannst du da? Schütze. Auch wenn du es noch nicht annehmen kannst. Haben schon mal freigeschaltet dann. Of course. Mein perfekter Schüler, ich. Guck das hin. Oh. What a relief. Noch nicht, nein. The Vein braucht eigentlich keine neue Mercedes. Kann jetzt auch Magier werden. Interesting. Ingrid hat eigentlich schon... Ey, was für eine Klasse weißt du denn jetzt gerade? Bürger? Ne, 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 ne. Ich passierte. Ja, du hast es. Anna. Ah. Alright. Dann machen wir mal los mit den Kämpfen, wa? Ähm. Ich würde sagen... Okay, warte. Wir haben... Ah, wir haben nur einen Punkt. Och, nö. Ähm. Ich glaube, so viele Belohnungen können wir aber nicht machen. Ähm. Weil wir, glaube ich, gerade so diesen Monat für die beiden Sachen Zeit haben. Was sind das? Es wäre keine schlechte Idee im Zuge deines Trainings zu sich, Missionen und Aufgaben zu übernehmen. Okay. Äh. Und das ist für die Hände. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Das machen wir jetzt gleich. Ah, ist ja doof. Dann mach ich vielleicht... Mach ich noch eins vorher? Eigentlich nutze ich das gar nicht nicht. Ah, verdammt. Wir haben keinen Adjutanten, oder? Ah, Frick. Das sind verlorene Punkte. Ah, habe ich einen Save noch vorher? Wahrscheinlich nicht. Da habe ich Mist gebaut. Da habe ich einfach echt mal Mist gebaut. Ja gut. Ist egal. Ach, Mensch. Jetzt ärgere ich mich total. Dann haben wir halt diesen Monat keinen Adjutanten. I don't know. I forgot. Tut mir leid. Ärgert mich total. Okay, ähm. Ja, legen wir mal los. Ich zeige euch dann, denke ich mal, wieder nur die Ergebnisse. Ich glaube, sonst kriegen wir viel zu viele Folgen. Ich zeige euch dann.